Liebe EigentümerInnen, in der Kreuzberg Allianz gibt es ein riesiges Potenzial. Davon sind sofort 572 Potenziale, Baulücken und Leerstände verfügbar. Es liegt an Dir, ob sich unsere Ortskerne wieder mit neuem Leben füllen lassen und an Attraktivität gewinnen. Junge Familien und spielende Kinder das Ortsbild prägen und weiterer Naturverbrauch und Versiegelung vermieden werden. Mit Deiner Verkaufsbereitschaft und der Rücksendung des Fragebogens hilfst Du, unsere Heimat lebendig zu halten. Wir brauchen Deine Unterstützung. Es liegt an Dir. Hier zu leben hat echt Qualität. Für mich ist es geliebte Geschichte und wir als Familie fühlen uns hier wirklich wohl. Schön ist, wenn die Einheimischen hier in ihrem Heimatort auch einen Bauplatz bekommen. Damit auch die kleinen Feuerwehren in unseren Ortschaften in Zukunft genug Leute haben, um auch sicher helfen zu können. Damit die Jugend, wie möchte, in der Heimat bleiben kann und auch unsere Kinder vielleicht irgendwann auch hierbleiben können. Weil ich in der Heimat bleiben möchte und ein Haus mit Garten brauche. Wir brauchen ihre Unterstützung, damit auch andere Rufstellen wieder zu neuem Leben erweckt werden. Damit wieder viele junge Familien ins Dorf kommen. Damit hier weiterhin was los ist. Wir bitten Dich, gib Deinen Bauplatz oder Dein leerstehendes Haus frei. Und somit jungen Familien die Chance, in ihrer Heimat wohnen zu bleiben. Ohne die Natur durch zusätzliche Neubaugebiete zu belasten und zu versiegeln. Gib Dein Eigentum in gute Hände und sprich uns an. Wir unterstützen Dich gerne und klären Deine Fragen. Darum fülle bitte den Fragebogen aus und schicke ihn an uns zurück. Kreuzberg Allianz. Heimat, die verbindet.